ja ja sie so einmal daneben einmal der alter gibt es jetzt nicht ja warte ich bin jetzt gleich wieder am stand da kommt schon wieder da kommt auch noch leute er sagt für hier gibt es irgendein gimmick dass ich nicht durchschaue gerade wenn ich da nur ein rettungsstab hätten wir alles hier gar kein problem aber gibt mir ein schwerer nicht na ja dann sind wir dann sind wir mal nach her wir müssen mich da eröffnen können das hat ja auch möglich okay wir kommen da unten gott sei dank wird durchgeregt wenn jetzt einer links gegangen werden gibt mir noch mehr wie viel geld hatten dafür die landschaft es hat ein bisschen nervt so ich krieg dann auch nicht mal okay also ich mache mir haha er hat sich genau darin passiert hat gibt es wieder nicht anna hast du nein du hast nicht dein ding fähig nachher sind zu viele gegner ich habe mich verraten hier sind so viele zeichen die mich die ganze treffen ja und den treff ich da sowieso nicht ich weiß ja ganz eigentlich nicht weil ich mal soll da kann ich hier über reiten machen da gelang ich wieder auf der anderen seite dann habe ich riesige verschwendung aber das war hier ich habe ja ich habe so machst du der nächste 100 dingen auf naja schaden machte ja zu viel das wahrscheinlich tanzen ja doch dann hat das voran dann nehmen mit dem ich tanzen dann wird er ein bisschen nervig also schon ganz ehrlich gesagt nicht was ich machen soll ich habe ich auch band dinger aber umgekippt dann kippt darum aber wenn du den treffen will ich vergesse jetzt mal nicht mit jeder angreifen dann war mal den ja einmal den tanz da gab es denn wo er kann wo ja karl so und was jetzt hat zum hanker mache ich jetzt noch viel zu viel von denen ja ich verliere nur habe ich bin die in eingriff einleiten na klar warum nicht ha 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 jetzt das mal wieder ja mal leben wir das ja nämlich doppel er trifft mich mal da hat die personen gibt es sowieso nicht los ja jetzt diese schreckenssituation gerne ich muss mit denen abziehen geht nicht ich muss ja rumlaufen mit denen geht nicht anders 23 der wird 35 schaden machen ha ha das reicht nicht dann sind charakter die ich brauche ich könnte ja eine hilfe gebrauchen natürlich hat er ihn jetzt hoch man macht jetzt nicht wirklich unterschied ich hätte sowieso nicht da umgekriegt aber das hat jetzt echt sein einmal daneben haben wenn es geht danke jetzt habe ich natürlich noch für die nix schaden macht nicht ich habe schon der nächste so stärkung auch keine heile gerne geht auch an die gegner sind jetzt aber links gegangen cool gibt es jetzt nicht manche irgendwas falsch oder wird nach einer dreichter jetzt mal langsam für kuhladen der ihren seinen katsch eingebaut hat und da kann man auch noch welche das war ein bisschen uncool wer ist er 21 was er macht wird er machen ich dich dagegen ja ich so viele leute auf einmal haben ja und der andere ist recht der ist jetzt da rechtsgegangen da gibt es nicht er als einziges noch da ist dann kann ich den fleisch erledigen hast du schwer aber das war ja wie kann ich nur einzug am leben lassen solange ich den leichter reich hier aber hier sind so viele gegner das geht nicht so ich bin ja schon wieder voll überfordert gerade ich habe gerade erst getanzt so blöden viecher hier sind voll schwer zu treffen ist ja auch abziehen ich muss ja auch verschwinden von also wenn ich ihn hier mache ich mache nichts anschauen so eine unschöne situation haha die haben die chance an dem zaun firma 5 das ist 20 1 1 2 von ihnen können daneben bauen die war nur 102 greift an meine miniens oder nehmen dann auch daneben wird jetzt nicht an er so jeder muss hier irgendwie töten also nebenbei ich kann ihn nicht doppeln ich glaube nicht leicht überlebe hier sind nur leute da sind leute da sind jetzt noch da rücken welche nach ich habe schon getanzt gerade was ich habe ein bisschen doof finde ich hätte ja noch nicht mal so viel aus sie muss ich auch die ganze zeit hier halten wegen heilung ein moment aber jetzt relativ wenig man muss meine geschicklichkeit sind niedrig ich kann mit ihr ja die doppelgänger einsetzen und gehen die gegner wahrscheinlich wieder alle auf die los dahin kann ich auch nicht ein platz werden ja jetzt gerade das nervigste von allen wenn er nicht werde ich muss mich sowieso ja gleich verwandeln dann habe ich noch zwei wenn man das ex kalle wurde dampft anfang was hier mit reißen ich meine ich kann ihnen die angreifen aber ich weiß nicht was ich hier machen soll stehen da gerade alle so ein bisschen im weg ja jetzt krieg ich die ganze zeit geld ist klar das ist natürlich auch ein tomahawk ist klar man macht ihr hier ein tomahawk ich mache jetzt mal sehr das ist ja intellis bescheuert schauen wir mal wie geil die gegner darauf sind die kopien je alle zu erledigen die not geil sind darauf ein plane könnte ich auch einsetzen ich glaube nicht dass er gut ausgehen wird aber wir haben unterstützung da unten glaube ich ok wir gehen auf die los der kohle zumal nehmen es wird er von den verteidigen das ist echt sehr notgeil auf meine jetzt kommt er auch noch um es los hat mich irgendwie auch wie so ein beselgoos aus monster an tag ist irgendwie so exklusive schuppen die ganze zeit irgendwie auf einen der nieder prasseln lässt ok theorisiert anscheinend immer die kopien du glaubt man nicht dass du ja gekommen kannst er bewegt sich gerade viel zu viel ich komme mir nicht ich komme nicht durch es außer ich weiß ich muss nicht durch man durch ich muss hier durch mehrere leute wenn die nicht in der ganze zeit weg werden er wird vielleicht viel einfacher gewesen eine bekloppte die da ja auch natürlich jetzt hier voll ab naja bloß nicht hier entkommen lasse übrigen betrachtet das glaube ich nicht wert aber was soll es eine stärkung hallo da war ganz schön unverschämt hat der die ganze zeit aber trifft man die ganze zeit betrifft hey was hat denn ihr einfach verlegen schaden ignorieren willst du mich auf den arm nehmen aber noch nicht schon wieder da kann ich ja gegner auch karakterie sterben lassen kommen wir nach wieder zurück aber habe ich will das nicht ich habe mir gerade ein bisschen mit zur krasse sind viel zufrieden das ist echt zu viel da jetzt je nachdem was hier passiert als nächstes ich könnte hier jemanden hinstellen nachdem wenn sich jetzt erst bewegt und so nähe bestärkung ich habe einfach noch alles zu weit entfernt alles zu weit entfernt ich werde mich sicher ich werde hilf ich bin sicher höll ich bin wir wirklich mich die na ja passiert aber jetzt genau der eine der leute die ich nicht will die sich das erst gesehen und als auch sehr gut nicht nicht sehr gut war natürlich meine nebengau passiert jetzt hier nicht erledigt hat man hätte schlimmer sein können dass der wolf wird auch niemanden erleben nach vorgabe bewegt übrigens auch zu uns hin habe ich gerade gesehen weiß nicht was ich da die ganze aktiviert und jetzt schon okay das hat der angriff der mich hier festhält so viel schaden anna erreicht niemand mehr doch warum auch weil du keinen fernkampf hast ich mag diese level nicht mehr kurz sie mal angehen was ich alles noch angehen muss da kommt auch noch mehr so jetzt ich war das sind so viele was soll ich ja machen das ist unmöglich aber eine pause ihr kollege immer so viele sachen die ich ja machen kann das war natürlich noch ein tipp an einer gefährten spiel macht hat doch extra so haben wir mal ein paar ich habe so eine kleine idee hier ja ich habe die funktionier komme ich mal anderen wie viele leute hier noch kommen wie soll ich das hier machen ich kann schon wieder da bin wir müssen abhauen sie ist genau die die jetzt hier gehalten muss guckst ich da da an wir müssen ja abhauen geht nicht sondern manche gehen ja so nach verwarte ja fast also konnte soll ja sowieso schon wenn ich hab hier weil wir eigentlich verschwendung machen wir lieber hat jemanden elixier stadt der einsatz und sie heilt das ist ja nicht irgendwie gleichzeitig auf sich rein ja tut sie genau wie man sie heilt sich weil sie andere gealtert dann stehen ja dann gehen wir ja weg natürlich auch hier dann hast du einfach zu uns hinkommen wird ausschaut so meine klone werden hier ein bisschen hoffentlich stellung halten da habe ich noch mal an okay ich hoffe funktioniert so wie ich mir das warm hat ja niemanden ding im elixier ja ja und sagen dann erst auf einer losgegangen jetzt hier ist gegenseitig und das gibt es nicht ein paar von euch kann ruhig ausweichen also nebenbei das kacke das mit bescheuertes kapitel er war ich auch nicht mal aus und sie ist tot einer ich weiß nicht weil ich ja machen soll das ist hey warum gehen wir ja nicht auf meine klone los jetzt wie weit muss ich mir jetzt jetzt zurückgehen ja ich muss soweit zurückgehen ich habe so gefühlt da kann ich mal sehen was hier so ist das alles im bach runter gegangen als irgendwie hier ich kann gar nicht zurück weiter ja dann müssen wir ja weg naja wir müssen jetzt ja abhauen geht naja war die verschwendung aber so als ja ich muss hier da sind zu viele leute die ja gerade irgendwie auf mich losgehen das geht nicht ach die schätze habe ich ja auch noch nicht gelootet da kann ich hier irgendwie so zwei leute in diesen stellen rückblick betrachtet ist glaube ich auch besser so kann ich hier so zwei leute im packen die werden hat ein bisschen besser tinken können nämlich an so war ja auch sie los boah also gar echt mies mehr da bin ich mir nur ein an der sie kann auch das genau so aber manchmal denkst du auch irgendwie hier so was irgendwie alles hinter dir so verstärkungsmäßigen so und dann kommt immer noch mehr an er muss ja auch fünf mehr ansachen achten der war nicht schlecht aber wenn ich dem mit vogal erreichen könnte was ich wahrscheinlich nicht kann weil er überall funktionen sind aber der war gut und waren gerade gut sogar da kommt ja sowieso wieder auf und warum gehe ich eigentlich auf die gegner aussehen ich muss eigentlich erwarten dass sie auf mich loskommt verstehe ich mir an dem spiel auch so bleiben einfach nicht verdammt noch mal stehen wo sie stehen bleiben soll nicht von den alter was das ist ja gerade zum kotzen ich noch weiter zurückgearbeit wie weit muss ich mir zurück oder abzug 10 ja zu 9 daneben so hier sieht schön aus so und ich mache was jetzt vorher schon machen wollte ich jetzt einfach hier weg vollkommen egal wann ja ruhig folgen die typen dann stellen wir halt hier unten würde ich sagen weiß nicht was ich dagegen den typen machen wollen man zeitig wird am liebsten ja hier in erledigen kriegen aber so dann gehen wir entweder hierhin oder hierhin man kann also ein zwei leute auf uns loskommen kann mich mal du musst es mal auf deinen welten baum mehr aktivieren damit mit hier halt irgendwie ein bisschen sparen so und hat reich genommen und zu töten ja das kommt eben auch nicht zu kein ding das ist irgendwie so zeigte irgendwie in feinem fates irgendwie erwartet so ein müll so mit korea in dem hier gegen roma kämpfen natürlich wie eine ganze level im intern gespielt hat das problem ist ich habe auch kein zucker für meinen vorrat das heißt irgendwann werden wir die dinge ausgehen ich muss mir die dinge ja echt einteilen da kostet mich dann ein bisschen an ich kann versuchen ihn einzuführen aber jetzt ist ein von von vierten wir arbeiten das ist jetzt mit 45 ich nehme an bläm cool ja gefühl ich hätte geben sollen das ganze level noch mal machen habe ich so gefühlt genau was ich machen muss ich kann denn erledigen weil es ihre fähigkeit noch mal das beginn jeder und fützt die bündnis leistung ein punkt okay das heißt irgendwann ich werde erstmal den dieb abknallen danach ich muss dafür sorgen bedeutet dann ja hier und jetzt die bündnis leistung 1 immer hier in muss ich halt versucht ihn die ganze an nebenzeiten aber auch schaffen nicht mehr und andere nebeneinander platzieren ganze zeit ist da klappen da kannst du mir mal geben dann auf den höchsten schwereigkeitsrate erscheint mir unmöglich das ist ein ding dauerung möglichkeit ihr seht durch die animation ein bisschen überspringen mein gott ach ihre bündnis anleiten ihre bündnis anzeige war und hat sie ihm ausweichen so war das war ok verdammt teils ihre wird gar nicht aufgefüllt da ist wenn ich mit der troche ich möchte wahrscheinlich mit anderen die ganze zeit hochheilen wir sehen deine chancen nennen so aus nicht gut vor allem da komme ich auch nicht mehr daraus wenn ich hier hingehe dann kommt ihr aber auf mich also los wenn sie ihre bundesanzeige jedes mal aufhören sollte eigentlich die ganze zeit machen so ganz schneider oben werden und später darum so aber nicht platz ein stärker und sie hat sogar ein leeres dinge irgendjemand im moment du hast momente braucht er aber gar niemand so dann warten wir ja aber auch wenn man nur auf sie zu bahn aber daneben kein kräft ok cool ja wo wir genießt dass er weg ist mir gefällt es wenn ich irgendwie übermütig werde und dann irgendwie auf die fraser bekomme der flieger fährt hat ja so ich bin jetzt eigentlich nicht hier also getroffen und ich denke mir machen sehr gut ja wie man sieht es für die ganze zeit die katzen die animation überspringen mehr okay, wow da was so gut war ich weiß es nicht aber verstärken kommt keine sorge es dauert ein bisschen aber wir kommen also wieso nicht warum ich nach unten gegangen bin ich habe eigentlich nur in dieb ausschalten müssen und dann gut ist ich hoffe sie wird überleben sag ich mir mal ein ding im jahr ein elfen dollar du bist wahrscheinlich mehr auf ein jahr fokussiert werden diesen kapitel fokussiert sein meine ich ja du machst ja jetzt gleich nix das ist ja irgendwie abwehren einmal oder auch nicht vielleicht hat uns irgendwie ein schaden abgefangen oder so wenn gut hat der da unten nix macht macht ein bisschen einfacher gerade ja du bist tot jetzt kommt er mit dem tomahawk gleich auch gott sie ist tot ok daneben gauern er hat den weg blockiert die situation ja auch nicht gerade besser da kommt immer noch leute so magier nachdem habe ich gerade erledigt genau da wäre dumm sammatt tanzen für uns das vielleicht einmal stärken wir einsetzen so für dich muss ich einmal ging es ja so stark rostland zu streit rostland zu ok damit kann ich noch leben damit land noch mehr gekommen ist ok wie mache ich das jetzt ich mache du musst gleich mit elixier mal kurz heilen weil ich brauche ich gerade jede einzelne person aber wie mache ich damit wäre jetzt ja so ich habe definitiv hier mit ihr okay da war nicht gut okay da war pflege mit ihr sie ich habe nicht wirklich irgendwie gerade darauf achten und statt überlebe da habe ich mal überspringen weil ich das so machen ich glaube ja ne ob der gegner anzug ab nach dem ort hier blockieren sag ich ihn erledigen also ich meine doppelgänge hier einsetzen die auch ihn kann ich erledigen mach ich auch so ach die machen aber so viel schaden 113 so was ist diese fähigkeit hier die ersten angekommen für zu verhindern chance in 8 prozent durch 80 prozent ich habe da will ich machen ich nicht gut 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 was und aber ich kann aber vorbeifliegen okay na klappt erst gut dann muss sie eigentlich jetzt nur diese angriff wir alle überleben kein ding ich mache jetzt stellt und du musst jetzt einige angriff aushalten da kommen man muss jetzt aber funktionieren aber wenn ich ja die drei leute noch hätten dann wird viel einfacher und dem sie mit sie einsetzen aber ich weiß ich schade mann hat so lang wenn sie sich ha ha hat man den nächsten wir sagen ging das alles ja ankommen jetzt hat kristall aber ich war auch noch 7 so langsamer sicher wo wir mit unseren karakteren ja auch das heißt wir müssen mehr feuerkraft hier nach stahl großachs 4 wenn ich da lab sein pack ist eigentlich schon gut geben so kann sie schon wieder präventiv reingehen gerne sie machte keine schaden sich gerade so nach herz ritter herz hat aber die waren ja wohl nicht so gut treffen können 104 ja noch einer von euch mit treppen danke warum tötet also 64 ich kann nicht rechnen wenn ich zwei von denen erledigen ist ja eigentlich klappen manchmal 37 wie viel macht der schaden 47 ist ja überhaupt nicht wenig sie überlebt einen treffer mit denen vielleicht ein treffer überlebt naja ist vor gado ist natürlich mit den ganzen leuten da im schlepptau ha 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 die überraschung 33 einfach 118 er wird mich dann im leben treffen wenn ich jetzt hier eingehen ne ja er hat irgendwann mit 20 prozent die haben beide so mit 20 prozent treffer chancen wenn er wohl nicht mich treffen können aber mein eigener vorgabe ist soweit entfernt gerade überlebst du ein angefordert anscheinend nicht 35 wenn ich dich hoch halte vielleicht 30 plus du willst mit einem ap überleben ich habe vergessen wir den jetzt einzusetzen klone das war okay ah Okay, I got it. Aber ich habe gar nicht mal ausgerüstet wie sie es mal angreifen, oh mein gott warten jetzt auch viele bücher mit Manchmal 1,4 mit irgendwen habe ich einfrieren, glaube ich, das ist nicht mehr weh. Gott. 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 Die Werfen sind schon wieder zu weit vorne. Was ist das schon wieder? Oh mein gott, das gibt es jetzt nicht. Warum? Ich krieg so viel. Warum müssen sie festgehalten worden? Boah. Alter, jetzt reicht doch jetzt mal. Hey. Ich halte das hier nicht aus. Ich muss ja ganz zurückgehen, ey. Boah, da kriegst du ja echt einen Anfall. Natürlich musst du festhalten, warum genau nicht, ne, ist ja nicht schon schwer genug. Boah. Also irgendwann ist ja auch mal echt genug. Boah. 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 man hat mal sehen von dem fern warum nicht das ist gut der klone greifen zuerst dann vielleicht nicht so schlecht gerade sehr cool allerdings jetzt kommen die aber auch näher es ist mir zu viel ja 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 ganz schön schaden dann geht es hier aus wie man sich ein cool ja sie hat aber mit kaya das dinge ansetzen warum kann ich mich nicht also erst mal aktivieren ich darf niemand in der reichweite von fogato einpacken habe ich offensichtlich naja ich mache mal platz stehen zwei ladungen so lange ja niemand mit einschlag verreckt was sie tut gut ja 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 so machen das ist vor gado leider in reichweite aber ich mache ich glück habe weiß ich ja mal aus mal ich werde ich werde nicht umkommen können ja okay er bleibt ja angeheizt anfeuer was ich echt ist ganz kapitel noch mal neu machen so dank werden solche situation hinter uns er ist ja nicht so als wir jetzt müssen wir jetzt nur mit vergadung umklappen wir müssen uns mit den ganzen leuten da kloppen hier wird wahrscheinlich treffen also schüsse mit alles hier festgenagelt so glück habe das sind so viele leute man das sind so viele